Z-Motion ist das eigenständige Logistikunternehmen der Simwise AG, einem weltweit führenden Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen. Der Abholer- und Lieferverkehr auf dem Werksgelände wird hier mit dem webbasierten Prozessmanagementsystem Flow gesteuert. Durch Flow haben wir einen koordinierteren Ablauf der Fahrzeugbewegungen auf unseren Werksgeländen, die zu einer Prozessoptimierung geführt haben und wir haben eine elektronische Abarbeitung von Fahrzeugchecks und eine elektronische und sichere Archivierung, die uns eine durchgängige Dokumentation sichert. Zunächst meldet sich jeder per Slotbuchung vorangemeldete Fahrer an der Pforte, damit der Fahrzeugdurchlassschein, kurz FDS, erstellt werden kann. Der FDS ist das letzte verbliebene Stück Papier im durchgehend digitalisierten Yardmanagement. Wer zum ersten Mal bei Sumrise laden oder entladen will, muss sich an einem der fest installierten Tablets registrieren, die den Fahrer in elf Sprachen durch den Prozess führen. Auch dieser Teil der Lösung stammt von Star Trek. Die Entscheidung für Star Trek fiel aufgrund der Kompetenz im Gefahrgutbereich sowie der guten Referenzen in der Chemieindustrie und vor allen Dingen, weil wir ein interessantes Angebot mit neuen Features, wie z.B. dem Touchpoint oder dem Fahrer-Voranmelde-Tablets erhalten haben. Die Tablets sind nicht nur in der Anschaffung, sondern auch bei den Betriebskosten wesentlich günstiger als die sonst üblichen Selbstbedienungsterminals. Die per Tablet erfassten Daten werden durch Flow mit der Slotbuchung verglichen, stimmen die Informationen überein, legt Flow einen Fahrzeugauftrag an und generiert automatisch den FDS. Wesentlich einfacher funktioniert der Vorgang für die Stammfahrer. Diese verfügen über sogenannte Flow-Cards, sprich Fahrerkarten mit AF-ID-Chip und Barcode, die einfach vom Förtner gescannt werden können. Flow stellt sicher, dass kein Schritt vergessen und die richtige Reihenfolge eingehalten wird. Das gilt z.B. für die obligatorischen Fahrzeugchecks vor und nach der Beladung. Um diese Prüfungen schnell und effektiv durchführen zu können, werden hier Smartphones eingesetzt. Nach dem ersten Check folgt die Eingangsverwiegung. Auch hier haben Stammfahrer einen klaren Zeitvorteil, denn mit Hilfe der Flow-Card erfolgt die Verwiegung schnell und autonom. Dahinter steckt die Funktion Flow-Touchpoint, die ohne aufwändige Hardware funktioniert. Nachdem sich der Fahrer via NFC mit seiner Flow-Card am Smartphone registriert hat, muss er das Smartphone nur noch an den NFC-Touchpoint halten. Damit wird das zu verwiegende Objekt eindeutig identifiziert und Flow kommuniziert direkt mit der Waage. Der elektronische Wiegebeleg wird sofort im System geprüft, verarbeitet und zusätzlich auch zum Smartphone übertragen. Der Touchpoint bringt die Vereinfachung der Prozesse mit sich. Zum einen für den eigenen Mitarbeiter, der am Leitstand der weniger Verwiegungen selbst durchzuführen hat. Und zum anderen natürlich für den Fahrer, für den sich die Wartezeit reduziert und der von der bevorzugten Behandlung profitiert. Mit Flow hat Simotion die Durchlaufzeiten der Lkw deutlich verkürzt und sich damit auf weiteres Wachstum vorbereitet. b max j